Hallo Chef, guten Morgen. Ob ich schon mal überlegen? Deutsche Pass nehmen? Nein, Chef, ich habe noch nie überlegen. Warum? Du Angst haben, wenn AfD aufräumen, dass ich mich auch rausschmeiße. Oh, meine liebe Chef, vielen Dank. Chef, ich habe wirklich noch nie überlegen, weil ich glaube nicht, dass sie es bekommen. Ja, sprechen kann ich schon ein bisschen, aber andere Sachen weiß ich noch nicht richtig integriert. Zum Beispiel ich immer noch beim Autofahren Nase popeln, beim Gehen immer vergessen Hand auf den Mund machen und dann beim Essen laut kauen, weißt du. Und wenn irgendwo Kaffee trinken, ich immer noch bezahlen für alle Leute. Ich bin nicht schlecht integriert, Chef. Wirklich. Ah, du, Beziehung haben am Rathaus, jetzt. Ah, du, wir versuchen über Beziehung. Okay, Chef, dann mach mal so. Ja, aber Chef, was, wenn nicht funktionieren und die mich rausschmeißen, was passiert denn mit mir? Dann ich online arbeite, raus postieren. Schaufeln mitnehmen und online. Danke dir, meine liebe Chef. Vielleicht nicht so viel verdienen wie hier, aber auf Sache nicht arbeitslos. Danke, meine liebe Chef. Du bist ein guter Mann.